Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir schüren ein Kalv zur Tillingkoa und wir schüren enkelkalven, dann kommen ko-kalv. Und lässt die Koa gehen, in diesem Fall. Versteht ihr alles? Ja. Versteht ihr alles? Hingehen und Karte ziehen, ne? Räder hat mich gerade zum Platz gebracht, hier die Nummer 7. Ich muss jetzt sehen, wo er bleibt. Ja. Heidarsen. Rolf! Ja, mit du vill gå Gunnar. Törlgren. 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 Hier haben sie uns richtig einen mitgebogen oder mitgegeben. Eigentlich sollte Schluss sein. Jetzt haben wir den weitesten Marsch gemacht. Überhaupt. Martin, arme Teufel, muss bis zum bitteren Ende mitgehen. Herbert haben wir schon verloren. Es geht darum, das Schmaltier oder die Krieger, die bei Herbert besitzen. Das ist jetzt Alva. Das ist jetzt Alva. Soll ich ein Stück zurückfahren? Ja, mach mal das Laufen im Motorrad. Nee, lass ich nicht. Was ist das für eine? Ich kriege die Kampagne. Das ist ein größerer. Das ist 8 oder so. Ja, ein 6er mit Schaufenansatz. Das ist 8. Ja, ein 6er mit Schaufenansatz. Du kannst mal schauen, Martin, bei euch, ob ihr so einen Anschluss habt. Dann sehen wir das schon mal, ne? Dann sehen wir das schon mal, ne? Komm mit Läht, Kommi! Komm mit Läht! Nein, ich weiß, dass er noch nicht mehr ist. Fyra bort! Tschüss. Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Zweieinhalb Stunden habe ich jetzt auf Nummer 10 gesessen und nichts gesehen. Und hier steht das Kalb. Wunderbar. Das ist prima. Das ist Rüsthans Volvo. Mit echten 360.418 Kilometer. Wer sagt denn, dass ich ganz alleine bin hier? Perro. Perro. Oh. Conny wird sich wundern. Und die anderen Jäger auch. Dein Hund sitzt bei mir im Auto. Oh, oh. Was bei meinem Kaffee, ne? Conny wird gar nicht erfreut sein. Darauf ist jetzt mal eine halbe Stunde hier. Und reicht nicht mehr. Das war eine halbe Stunde. Rehnend! Rehnend! Perron ist immer noch da. Nachdem Perron einen Ausflug gemacht hat, ist er wiedergekommen und wartet hier auf Conny. Das sieht aber schlecht aus für die Elchjagd in diesem Bereich. Perro Perron. Das gibt es gar nicht, was der Kollgrabe dort macht. In derweine An pompieren. Das war's für die Elchjagd. Und das war's für die Elchjagd. Vielen Dank. Soll ich ein Stück zurückfahren? Ja, mach mal das Laufen im Motor. Nee, lass ich nicht. Was ist das für eine? Ja, ein Sechser mit Schaufelansatz. Ja, acht. Das ist das für eine andere Sache. Ach, nein, das ist das für eine andere Sache. Ja, das ist das für eine andere Sache. Der zweite Elf von heute. Hello Rolf and his friends, this is what's left of the big bull that you shoot in Gräsmarg 1995. Cat. Cat. Heroin. Den lyser och öppnar. Angellt. Det är en av de som ska snur och få ner och snur och sen blir fyra stycken med till Ljungbröster. Der Rösten wird mit. Koko, bist du mit? Ja. Wer kann du anderen mit? Henning. Wer ist Lennart? Ja. Göran wird mit. Ja. 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 Das ist nochmal ein Heimspiel. Ja. Der hat natürlich auch gemacht. Ich sag Kontrale. Aber damit habe ich fast gerechnet, ja. Oh mein. Da geht es nochmal so hoch. Das ist nicht mehr so hoch. Das kann die doch nicht mehr hoch in den Boden. Das ist jetzt der letzte Jogen. Das war nicht von den besten Plätzen, wo er erwischt, hier Nummer Fief und Rivalda rein. Gibt es? Ja, das geht. Super. Ist das toll. Die kommt hier noch ganz hoch. quatro. ... Da oben muss ich stehen. Ich werde Matti mal folgen. So, geschafft. Oben angekommen. Matti geht jetzt auf 1. Ich werde auf 1. Lennart? 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 Vielen Dank. Konja ist auch schon da. Vielen Dank. 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 Show me your sleeping room. Perhaps I can show you where it has to hang. Does it help you think? It helps, yes? It helps, yes. 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 ... Untertitelung. BR 2018 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 Andra pris. Däremot. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.